Die tanzenden Affen Es war einmal ein Prinz, der hatte drei Affen, denen er das Tanzen beibrachte. Da Affen generell gute Imitatoren von menschlichen Bewegungen sind, waren sie die idealen Schüler. Und wenn sie in ihren reich verzierten Kostümen und Masken steckten, tanzten sie so gut wie jeder beliebige Höfling. Dieses Schauspiel wurde oft von großem Applaus begleitet und immer wieder gerne wiederholt. Bis eines Tages ein streitsüchtiger Höfling eine Handvoll Nüsse aus seiner Tasche holte und auf die Bühne warf. Bei Ansicht der Nüsse vergaßen die Affen das Tanzen und wurden wieder zu wilden Tieren, was sie ja schließlich auch waren, und nicht Schauspieler. Sie rissen sich die Masken herunter und die Kleider vom Leib und kämpften gegeneinander um die Nüsse. Das Tanzspektakel kam damit unter Gelächter des Publikums zu einem Ende, angesichts des komischen Anblicks auf der Bühne. Was will uns diese Geschichte sagen? Nicht alles, was du siehst, ist wie es scheint. Ende